Kommen wir zum nächsten Hersteller, die Firma Leslie, und zwar die Nummer 49 mit dem bösen König. Das nächste wäre die Fleta. Jawohl, die nächste, die Kist by Fire, die Nummer 51. Jawohl, die nächste, die Nummer 51. Das nächste, die Nummer 51. Vielen Dank. Ja, sehr schön. Jetzt die Golden Crown. Vielen Dank. Ja, das ist also auch ein Artikel von Leslie, der für den Versand leider in den Käfig muss, aber Sie haben auch gesehen, warum. So, als nächstes kommt die Tatjana aus der Russian-Serie. Vielen Dank. Als nächstes kommt die Exploding Lion, die Nummer 54. Auch ein sehr schöner Artikel, der in den Käfig muss. Und als letztes von Leslie dann die Treasure Burst. Was soll denn der Blödsinn dazwischen? Schön.